Das Hotel Soleday-Stadtstraße, Tropes liegt in Grimo, Port Grimo in Côte d'Azur. Die meisten Gäste des Hotels Soleday-Stadtstraße, Tropes würden das Hotel weiterempfehlen. Die weitere Empfehlungsrate liegt bei 67%. 21 Gäste haben das Hotel als gut bewertet. Durchschnittlich wurden 4 von 6 Sonnen vergeben. Leider liegen nicht mehr Bewertungen als die 21 vorhanden vor. Daher sind die Aussagen mit Vorsicht zu genießen. Nun die Bewertungen im Detail. Service Für den guten Service des Hotels vergeben die meisten Gäste 4,3 von 6 Sonnen. Lage und Umgebung Die Mehrzahl der Gäste bewerten das Hotel als gut gelegen. Es erhält für die Lage 4 von 6 Sonnen. Hotel allgemein Sauberkeit und Zustand des Hotels sind gut und erhalten eine Bewertung von 3,9 von 6 Sonnen. Sport und Unterhaltungsprogramme Ein Großteil der Gäste ist zufrieden mit den Sportangeboten und Unterhaltungsprogrammen. Bewertet werden diese mit 3,9 von 6 Sonnen. Zimmer Insgesamt zeigen sich die Gäste zufrieden mit den Zimmern des Hotels. 3,8 von 6 Sonnen werden hier vergeben. Gastronomie Die gute Küche dieses Hotels wird von den Gästen mit 3,8 von 6 Sonnen bewertet. Sprechen Sie am besten mit Ihrem Reiseveranstalter oder rufen Sie direkt beim Hotel an, um nähere Informationen über das Hotel zu bekommen. Das waren Informationen zu der Lage, Service und Ausstattung des Hotels. Angebote und weitere Informationen erhalten Sie, wenn Sie dem Link unterhalb des Videos folgen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank.